Hallo und hier ist der und der Flex von Strong & Flex TV. Ein weiteres FIBO 2014 Video und das ist das Inspiration Video für mich, vielleicht auch für dich, denn hier geht es um Frank Madrano, der mit seiner Crew da war und so geil Calisthenics performt hat, dass ich so richtig Bock habe, mich noch mehr im wahrsten Sinne des Wortes reinzuhängen, noch mehr an den Klimmzügen zu arbeiten und noch mehr im Bereich Bodyweight Training abzugehen. Zieh das rein und du bist bestimmt genauso inspiriert, wie wir sind. Röntgen,azne Röntgen Röntgen! Röntgen! Das war's für heute. Ja, 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 ja Musik 1,2,3,4 Ja! 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 Okay, give it up for the sweet workout! Give it up, give it up, give it up! Let's go! Nice! Woo! Yeah! Yeah! That's me! Let's go! Woo! Get gonna go! Get, get... Get, get... Get, get Boots! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's. So, jetzt hast du auch das krasse Zeug gesehen, Frank Maglano ist ja auch ein nicht ganz so kleiner YouTuber, da gibt es auch ein paar richtig krasse Videos, verlinken wir auch vielleicht mal das ein oder andere einfach hin. Und ja, ist auch eine coole Story, die dahinter steckt. Der hat auch ganz normalen Geräte-Training gemacht, hat Hannibal Sav von Get Workout, hat die gesehen, war dann auch selbst inspiriert, war weit davon entfernt und auch nur einen einzigen Muscle Up zu machen. Sagt er selber auch in einem Video und hat dann einfach angefangen mit den Basics, Liegestütze in allen Varianten, Dips, Klimmzüge und hat es auf das Level gezogen, auf dem er jetzt ist. Und ja, fühle dich inspiriert, da auch Gas zu geben. Es ist einfach Kraft-Masse-Verhältnis in Perfektion. Das ist der Hammer. Und die Aura, die der Typ hat, dieses ganz ruhige, reduzierte, keine Allüren, kein Hesitär, hier bin ich, sondern super reduziert, das war sehr beeindruckend. War wirklich ein ganz, ganz cooler Typ und für mich, es war auch so viel junges Publikum da. Das ist jemand, der Leute zieht, der YouTuber wie dich abholt und sagt, komm, du kannst das auch, hau rein, ja, super geil. Also auch für einen Typ wie mich jetzt, der eigentlich beim Pumpen einen Riesenspaß hat und ja, eigentlich da auch nicht so schnell weggehen wollte von, das war beeindruckend. Einfach, was der eine Präzision in den Bewegungen hat, der lässt das so leicht aussehen, also es ist einfach genial, wie der Typ sich bewegt. Da habe es sogar ich Bock, eher zu sagen, okay, vielleicht machst du ein bisschen weniger davon oder ein bisschen mehr davon, weil es ist einfach geil, wie der mit seinem Körper umgehen kann. Ja, absolut. Ja, dann darfst du uns, das Video und Frank Mangrano liken und du darfst uns abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Du darfst gerne mal auf unsere Homepage gucken, da gibt es einen Korps von der Seebook, das mal so als kleine Motivation, da mal vorbeizuschauen. Ja, Google Plus und Facebook abchecken und eins unserer letzten Videos schauen. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao.